was geht ab, es ist sonntag morgen vormittag heute sind eine menge x-rays am start ich glaube auf jeden fall fünf vielleicht sechs schöner sonntag morgen ist sonnig die vögel switchen und so chilliger tag gönnen wir uns paar x-rays und zwischendurch ein paar dark highlights natürlich wochenende war voll jetzt habe es gestern abend nicht mehr geschafft zwei videos online zu stellen oder zumindest zu bearbeiten das heißt also dieses video hier seht ihr montag sonntag kommen hoffentlich zwei also heute abend wenn ich nach hause komme packe ich die zwei videos hoffentlich noch raus ansonsten euch viel glück viel erfolg bei euren x-rays falls ihr welche hattet falls ihr mich um den kanal unterstützen wollt gibt gerne ein like kommentar ein abo aktiviert die glocke zuerst ein bisschen tap and go weil der nächste ist direkt um 11.30 der kollege mit dem ich tauschen wollte ist nicht aufgetaucht also da kommt der wird was für mich zu spät ist nie auf andere leute verlassen hatte nie alle unzuverlässig ich habe gestern abend noch jemand abgesagt der heute tauschen wollte ich sagte ja heute kommt einer zum x-ray den sieht man nicht so oft ja unnötig aber halt so wild ich schreibe dem kollegen vielleicht hat er heute noch kein tausch gemacht schauen wir doch mal ob wir mal glück haben was heißt mal glück wir haben schon 96 grüße gehen aus der manu der sich die ganze zeit irgendwelche lucky regi gigas ertauscht in der hoffnung auf den guten und davon ist noch kein einziger über 91 gewesen das habe ich nicht hingeschaut wo wetter boost boah da habe ich keine ahnung lasst euch überraschen ok schauts mal boom 98er schade ich hatte ganz kurz tief im inneren gehofft dass es ein 100er ist aber wir haben uns gesteigert der 96er ist jetzt ein 98er fängt schon mal gut an vielleicht wird es heute noch ein 100er zwei minuten vor start angekommen was er ist angekommen der ist erst dahinten ich wollte gerade losgehen aber die seger die mache meist für die sterben einfach jetzt glaube ich doch noch in der nähe falls wir rejoinen müssen nebengeschichte leute ich supporte ja die community an sich immer gerne und in letzter zeit sogar noch mehr und da war letztens was das letztens ist auch schon wieder eine weile her die spielerin aus der nachbarschaft neu und so getroffen support und ist das in die gruppe geholt für die raid und so weiter bei den raids jetzt ausgerufen hier und da und ich hatte jetzt eine extra einladung über dachte ich mir ja okay bevor ich es meinem klein irgendwie schicke also mir selber frage ich sie mal weil ich glaube sie hatte gesamt erst einen sie konnte halt nicht wollte nicht und das jetzt schon zum zweiten mal grüße gehen raus an murat der hat sie sich jetzt abgestaubt jetzt ist wieder ohne wetter boost 3064 ist auch gar nicht so schlecht aber nicht gut genug da steht immer noch wetter boost ach so ne ne passt 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 so ich habe es gerade verwechselt 31 4 oder sowas ist 100 und wir hatten gerade 30 94 oder sowas immer noch wetter boost aber schlecht auf jeden fall das zweite mal dass ich sie jetzt schon gefragt habe und ja keine ahnung habe ich noch mal zu fragen also sollte ich noch wie nennt man das patient geht auf dick cc falls ihr nicht willst was patient bedeutet sollte ich mehr patient sein mit ihr geduldig so sollte ich sollte ich geduldiger mit ihr sein oder und sie noch mal fragen oder was ist zwei chancen das reicht würde dir sie noch mal einladen oder würde die auch sagen ja zwar mal kassiert das reicht eine dritte chance kriegt sie sicher nicht eure meinung und ihnen kommen tage also ihr wisst ja dass ich der community immer gerne helfe jetzt vor allem weil ich ja heute im video schon erwähnt und jetzt haben wir hier zum beispiel ein beispiel vom gegenteil neuhausen als soziale gegend ich war beim x raid hat die agenda platt gemacht murat hat mir bestand gegeben hier sind leute wir starten gleich den raid wird zu rüberkommen ich so ja ja also ja die leute wollen nicht warten die eine minute die gehen schon rein söhne des jahrtausends asoziale gegend das ist das gegenbeispiel von mir einfach so kleiner sprung wir sind beim vierten x raid der dritte war jetzt mit den typen die da nicht gewartet haben ist jetzt nicht so schlimm aber ich habe es damit absicht richtig laut gesagt in die kamera damit die das hören ich kann ja nicht einfach direkt zu denen gehen und sagen hey ja also zahlen sondern indirekt habe ich das jetzt gesagt aber so so schlimm ist es nicht mir auch zuerst geholt habe ich hierhin gechillt da kommt kollege vorbei der mich hier eingeladen hat und genau hier wo ich gerade sitze ist ein raid den nehmen wir jetzt einfach mal so spontan mit so 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 Schauen wir mal. Wir können uns nur mit einem 100er steigern. Das ist kein 100er. Und ein neuer Freund. Lustige Truppe hier. Immer schön so die verschiedenen Communities kennenzulernen. Da habe ich auch eine neue Community kennengelernt. Einen haben wir noch. Und ein Glückstausch. Heute Morgen ist der Kollege zu spät gekommen. Da habe ich dem Kollegen von gestern doch geschrieben, heute geht doch, mach mal den Tausch noch und dann einen extra. Vielleicht noch da zwischendurch ein paar Darker Rates. Hier ist etwas Leidendes passiert, Leute. Ich habe nicht aufgepasst. Wir haben die Gruppen geteilt und der Kollege, der mich eingeladen hat, war in der anderen Gruppe, weil wir nach Farben geteilt. Sprich kein Beste-Freunde-Bonus. Ich habe immer geworfen. Ich werfe immer ohne Berge. Und dann sehe ich so nur noch zwei Bälle. Ich werfe so farbenhaft mit Gold. Er ist nicht drin geblieben. Noch mal farbenhaft mit Gold. Er ist nicht drin geblieben. Und weg ist er. Das ist mein erster X-Ray-Boss, der geflohen ist. Er war schlecht, aber trotzdem. Der Erste, der mir geflohen ist. Unachtsam. So kann es laufen. Strähne vorbei. Na ja. So, Glückstausch auch vollzogen. Ein Kollege und ein paar andere Kollegen waren da in diesem Schnitzelladen. Fußballspiel schauen und das erinnert mich an früher. Da waren wir immer all you can eat Schnitzel essen. Mit den Jungs, mit denen ich letztens auch wieder zusammen was gegessen habe. Und zwar Burger. Könnt ihr gerne abchecken. Die Burger-Tester. Demnächst vielleicht auch die Schnitzel-Tester. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein X-Ray-Boss und das war's. Ich habe gerade zwischen X-Ray-Boss Nummer 4 und 5 noch zwei Darker mitgenommen. Spontan. Aber nichts besonderes. Aber hier haben wir einen Shiny-Hund-Duster. Nicht, dass ich noch keinen habe, aber trotzdem nice. Und 813 kann man machen. Nicht schlecht. Aber leider kein Pions-Kogger. Und das Event geht nur noch bis morgen. Also schauen wir mal. Aber es ist so viel. Man kommt gar nicht hinterher. Also es gibt ja Darker. Kein Mann will den ganzen Tag Darker raiden. Moment. Ich schicke mal die RV. Dann will man Shiny-Pions-Kogger jagen. Oh Gott, tot. Dann will man das mit den Rocket-Boss machen. Und Dingern. Weil zwei Module. Oder zwei Radar-Stücke. Wie auch immer das heißt. Pro Ding. Dann gab es auch den Rocket-Übernahmetag. Stunden. Was auch immer. Ey, so viel. Man kommt gar nicht hinterher. Da macht man halt noch das übliche, was man halt immer macht. Wie Aränen und sowas. Geschenke sammeln und so. Dann hat man ja noch ein normales Leben. Also ich hätte gerne alles mitgenommen. Aber wie soll das gehen in vier Tagen? Ich hätte so gerne mehr Darker Raids gemacht. Also noch mehr als ich eh schon gemacht habe. Ich hätte gerne mehr Rocket-Stops gemacht. Aber ich habe fast gar keine gemacht. Ich hätte gerne Shiny-Pions-Kogger gejagt. Aber ich hatte keine Zeit dafür. Und dann versuche ich ja jetzt seit neuestem auch das mit den besten Freunden. Beste Buddies zu machen. Aber ich komme abends zu Hause und stelle fest, ich habe noch keinen einzigen gemacht. Außer den einen, den ich halt habe. Aber man kann ja halt auch durchswitchen und so. Und dann will ich ja eigentlich auch noch bisschen PvP machen. Zumindest mal reingehen und aufgeben für den Extra-Staub. Aber dazu kommt man ja auch nicht. Also ist halt echt viel los, man. Echt sehr, sehr viel. Selbst wenn man alles mitmachen will, geht nicht. So Leute, abschließende Worte von diesem schönen Tag von dem Raid Day. Äh, X-Ray Day. War nett. Nette Leute kennengelernt. Nicht nette Leute kennengelernt. Ich verstehe immer noch nicht, wie man sowas machen kann. Ist nicht so, als hätten die es irgendwie eilig gehabt, sondern die sind danach zum X-Ray gegangen, der einfach 50 Meter entfernt ist und haben dort einfach 5 Minuten gewartet. Anstatt dass sie beim Raid eine Minute auf mich warten, stehen sie einfach dumm herum beim X-Ray, bis der schlüpft. Ich kann sowas echt nicht verstehen, wie Mensch, was für ein menschlicher Abschaubmann sein muss, um sowas zu machen. Ich hab zum Beispiel jetzt, ganz ehrlich, ich will mich nicht selber hochheben und ins gute Licht darstellen, aber da ist so ein Junge jetzt, der hat heute versucht, noch eine Tour zu starten, zu finden und man kennt ihn erst ein bisschen nervig, erst ein bisschen, okay, es klingt böse, wirklich böse, wenn ich das sage, vielleicht ein bisschen zurückgeblieben. Und jetzt nicht als Ausdruckbeleidigung, sondern erst vielleicht ein bisschen, er ist halt vielleicht, ich hoffe ihr wisst, was ich meine, also er ist halt wirklich ein bisschen. Und ja, die Leute meiden ihn halt, er geht den meisten Leuten auf die Nerven, ich kenne ihn auch. Und ja, nichtsdestotrotz habe ich ihn jetzt eingeladen für Direktor, wir sind nochmal am Abend am Start. Er hat noch eine für am Abend gesucht, ich habe ihm geschrieben, hey, wir starten da und da, kannst gerne mitkommen und mitmachen. Wieso nicht? Wieso sind Menschen so negativ und schlecht einfach? Klar, ist ein bisschen nervig, aber und jetzt? Wir machen ihm jetzt eine Freude, vielleicht kriegt er noch einen Shiny, ansonsten hätte er halt niemanden zum Raiden. Wenn ich jetzt dafür zwei, drei Stunden mir sozusagen auf den Sack gehen lassen, werde dafür, nehme ich gerne dieses Opfer in Kauf. Und wenn diese Leute vom Raid nicht eine Minute Zeit opfern können, um einen anderen Menschen glücklich zu machen, ja, dann habe ich einfach nur Mitleid mit denen. Vielleicht doch ein bisschen zu tiefgründig geworden oder vielleicht zu ernst das Spiel, aber es geht halt nicht nur um das Spiel, es geht um den menschlichen Charakter. Und ich versuche bisschen mehr zu geben in letzter Zeit. Vielleicht nehme ich das deswegen so hart, aber ich versuche bisschen zu geben, Leute. Nehmt alles nicht so ernst und seid einfach netter im Leben. Es kommt zurück und ihr werdet dafür belohnt, hoffe ich. Und ich auch. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst bescheid, wie immer liken, subscribe und kommentieren. Checkt die Videos da, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, Checkt die Shop ab. Vergesst nicht, Pokemon is serious business.